Als nächstes haben wir hier von Pyromax die China-Knaller bzw. wie es hier drauf steht China-Böller. Kein Backcover, Verarbeitung sehr gut, kein bisschen eindrückbar hier unten und zugeharzt. Kann man hier mal scharf stellen, wenn es geht, geht doch und sie sehen recht schick aus, vorne noch zugestopft, aber keine gute Wandung. Los gehts. Ja, genauso wie aktuelle würde ich sagen. Was sagst du denn dazu, Hans Peters? Der Hans Peters sagt dazu, dass die genauso sind wie aktuelle. Aber ein bisschen Druckvoller. Ja genau, der war auf jeden Fall ein bisschen leiser wollte ich schon sagen, natürlich lauter als aktuelles Zeug. Hm, der war wieder kacke. Gut, weiter gehts zur Danger Cam. Wir machen das Ganze. Ich bin die Tür. Ich habe die Tür. Ich habe den Tür.